In Washington ist jetzt Kerstin Klein zugeschaltet. Frau Klein, hat Trump denn überhaupt rechtliche Möglichkeiten, die Auszählung zu stoppen? Oder ist das Ganze einfach Wunschdenken? Nein, die Möglichkeiten hat er. Man erinnert sich z.B. an das Jahr 2000, damals der Wahlkampf George W. Bush gegen Al Gore. Da hat am Ende der Supreme Court die Nachzählung der Stimmen in Florida gestoppt und damit die Wahl zugunsten von Bush entschieden. Auch bei dieser Wahl sind wieder mehrere Bundesstaaten knapp. Nevada und Wisconsin z.B. Da liegt Joe Biden gerade mit etwa 7.000 Stimmen jeweils vorne. Je knapper das ist, desto mehr lohnt es sich, aus Sicht der Gegenseite Stimmen anzuzweifeln und vor Gericht abklären zu lassen, welche wirklich gelten dürfen. Nun weiß man ja schon seit Wochen, dass es wahnsinnig viele Briefwähler gibt. Warum waren die Staaten nicht entsprechend vorbereitet? Warum dauert es derart lang, die Stimmen jetzt auszuzählen? Das liegt an den unterschiedlichen Wahlsystemen. Die verschiedenen Bundesstaaten haben alle unterschiedliche Wahlsysteme. Und in manchen, wie z.B. in Florida, da ist es erlaubt, die Briefwahlstimmen schon vor dem Wahltag auszuzählen. D.h. da ist einfach wahnsinnig viel schon vor dem 3. November ausgezählt worden. Deswegen gab es da schnelle Ergebnisse. In anderen Bundesstaaten ist das im Wahlgesetz verboten, z.B. eben in Pennsylvania. D.h. da zählen die Wahlhelfer erst seit der Wahl, seit dem 3. November. Und da dauert es entsprechend länger. Da sind etwa immer noch rund 1 Mio. Briefwahlstimmen allein in Pennsylvania, die noch nicht ausgezählt wurden. Ist denn damit zu rechnen, dass wir zumindest heute noch im Laufe des Tages erfahren, wer gewonnen hat? Damit ist eher nicht zu rechnen. Es wird weitere Bundesstaaten mutmaßlich geben, wo wir ein Ergebnis kennen werden. Das wird aber vermutlich keinen der beiden Kandidaten über die nötigen 270 Stimmen heben. Und manche Staaten, wie z.B. Michigan und Pennsylvania, die haben schon angekündigt, wir werden vermutlich bis Freitag brauchen, um ein Ergebnis zu benennen. Und selbst wenn das dann feststeht Ende der Woche, ist immer noch die Frage, wie lange es dauert, das Ergebnis vor Gerichten überprüfen zu lassen. Das wird also noch dauern. Vielen Dank.